Ich stehe heute am Buße des Pölbergs im Erzgebirge in einem wunderschönen Schlag Apostel. Apostel ist ein A-Winterweizen, der mittlerweile drei Jahre im Anbau ist und auch drei Jahre in den Landessortenversuchen geprüft wurde und für alle Anbaugebiete in Osten die Empfehlung hat. Apostel ist eine sehr saatzeitflexible Sorte und hat eine super Winterhärte. Im Frühjahr hat er eine sehr schnelle Jugendentwicklung und gerade diese schnelle Jugendentwicklung ist wichtig, um die Winterfeuchtigkeit mitzunehmen. Apostel ist früh in der Reife und ein Kompensationsziel. Gesundheitlich ist die Sorte top und wird aus diesem Grund auch oft zum Anbau mit reduzierten Plankenschutzmittel empfohlen. Auch die Fosariumeinstufung ist sehr gut von der Sorte, weshalb passt er auch sehr gut zum Anbau nach Mais. Apostel lässt sich sehr gut trechen und macht ein schönes, großes, baurisches Pum. Was viele nicht wissen, der Apostel hat eine Brauwalzen-Eignung und gerade diese Brauwalzen-Eignung ist bei Anbauern im Gebirge sehr gefragt. Ich muss sagen, Apostel, egal in welchen Regionen wir sind, er passt überall hin und hat das auch in den letzten drei Jahren bewiesen, sowohl unter Trockenheit als auch in feuchteren Jahren top. Wir sehen uns beim nächsten Mal.